Hier sind Sie das Montial am Dom, super schön gelegen. Hier haben Sie einen Blick auf den Kölner Dom. Hier hinten ist der Hauptbahnhof und hier unten, wenn man unten läuft, hat man gleich Bodyguard. In fünf Minuten sind wir da gestern hingelaufen und hier oben ist die Haupteinkaufsstraße. Hier hinten ist der Hauptmarkt, der Heumarkt. Da ist alles super zentral und unten an der Straße sollte man auf jeden Fall essen. Ganz tolle Restaurants. Ich bin der Hubert, ich hoffe die Videos gefallen euch. Unten auf Gefällt mir drücken und dann seht ihr weitere Videos von mir. Das ganze Hotel haben wir schön abgefilmt. Schaut einfach die weiteren Hotels an und dann seht ihr die Zimmer, Saunabereich, Frühstücksraum. Haben wir alles für Sie durchgefilmt. Viel Spaß und liebe Grüße Hubert und Matthias.